Heute sprechen wir über die besten Bluetooth-Lautsprecher. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich Links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Bluetooth-Lautsprecher. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nr. 3 Ankersor & Coro Mini Bluetooth-Lautsprecher Der Supermobile Bluetooth-Lautsprecher Ankersor & Coro Mini ist eine gute Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie können es einfach auf ein Picknick oder einen Spaziergang mitnehmen. Es hat einen kräftigen Ton und einen starken Bass. Dieses Modell ist klein, hat aber eine hervorragende Klangqualität. Aufgrund seiner kompakten Größe und der maten Oberfläche liegt es auch recht einfach in der Hand. Mit einer einzigen Ladung kann die Musik bis zu 15 Stunden lang abgespielt werden. Dieses Gerät hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber ähnlichen Artikeln. Es ist erwähnenswert, dass dieser Bluetooth-Lautsprecher einen passiven Subwurf für kraftvolle Bässe enthält. Ein UKW-Radio, ein Mikrofon, ein AUX-Eingang und Mikrostkarteninhalte sind ebenfalls enthalten. Nummer 2 der Ankersor & Coro Bluetooth-Lautsprecher Der Ankersor & Coro Bluetooth 4.0 Lautsprecher produziert exzellenten Sound. Diese Variante ist mit einem leistungsstarken 4400 Mali-Eon-Akku ausgestattet. Das bedeutet, dass Sie 24 Stunden Zeit haben, um Ihre Musik zu hören. Wenn Sie nicht zu Hause sind, ist dies äußerst wichtig. Das ist fantastisch, nicht wahr? Um diesen Lautsprecher mit Ihrem Smartphone oder Tablet zu koppeln, geben Sie zuerst die Sicherheitspin aus der Bedienungsanleitung ein. Dann verbindet er sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Es funktioniert mit einer Vielzahl von Betriebssystemen und Mobilgeräten, die Bluetooth 4.0 unterstützen. Und die Nummer 1 unserer Liste Ultimate EOS BOOM 2 Tragbare Bluetooth Der ÜBOOM 2 Lautsprecher ist ein tragbares, wasser- und stoßfestes Gerät, mit dem Sie unterwegs Musik hören können. Dieses Gerät bietet 360 Grad so rund so und für gestochen scharfe, kraftvolle Musik. Ein Bluetooth Sender und eine kontaktlose Schnittstellentechnologie sind in dieser Variante, NFC, enthalten. Der ÜBOOM 2 Lautsprecher hat reichlich Power. Der ÜBOOM 2 Lautsprecher erzeugt einen klaren, satten Klang, der frei von Störungen und Verzerrungen ist, so dass Sie Ihre Lieblingsmusik in vollen Zügen genießen können. Es ist erwähnenswert, dass Sie diesen Bluetooth Lautsprecher mit Ihrem Smartphone verwalten können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren und Siren YouTube-Kanal. Abonnieren und Siren YouTube-Kanal. Euer Kanal.